Wir starten heute in das letzte kalendarische Sommerwochenende und vor allem Sonnenanbeter sollten das definitiv ausnutzen. Es gibt jede Menge Sonnenschein. Ein goldenes Spätsommerwetter erwartet uns, denn nächste Woche wird sich das auf jeden Fall ändern. Es wird so langsam kühler und auch wechselhafter, aber dieses tolle sonnige Wochenende haben wir nochmal dem Hochdruckgebiet Manfred zu verdanken. Tiefer Luftdruck hier über Griechenland und auch über Spanien und Frankreich und so kommt auch aus Süd bis Südost nochmal sehr warme Luft zu uns. Und unter dem Hoch ist es verbreitet sehr, sehr sonnig. Wir kommen verbreitet auf zweistellige Sonnenstunden. Zehn bis zwölf in den meisten Regionen von Deutschland. Nur im Norden und auch im Süden ist es ein bisschen weniger. Hier sind ein paar hohe Wolken am Vormittag unterwegs. Abseits davon starten wir in der gesamten West- und Südhälfte mit strahlendem Sonnenschein. Im Tagesverlauf haben wir hier weiterhin die hohen Wolken, die nach Norden ziehen und gleichzeitig kommen von Südwesten ein paar Wolken dazu. Ja und gerade Richtung Hochrhein und an den Alpen reicht es dann für erste Schauer. Ansonsten bleibt es in den meisten Regionen von Deutschland am Samstag einfach nur strahlend sonnig und trocken. Also bestes Ausflugs- und auch Wanderwetter. Die Temperaturen dazu verbreitet angenehm und über 20 Grad. Nur an den Küsten ist es mit um die 19 Grad ein bisschen frischer. Ja und vor allem im Südwesten entlang des Rheins wird es wieder sommerlich. 25 bis 27 Grad gibt es hier nochmal recht verbreitet. Der Wind ist jetzt am Samstag ein bisschen schwächer unterwegs als noch am Freitag, kommt überwiegend aber weiterhin aus östlicher Richtung. Ja und am Sonntag geht es dann mit viel Sonnenschein weiter. Über den Alpen im Süden reicht es für einzelne Schauer und Gewitter. Abseits davon ist es aber auch nochmal ein toller Spätsommertag bei bis zu 27 Grad. Besonders im Nordosten bleiben die Nächte dabei weiterhin frisch. Am Montag dann auch nochmal sommerlich. Da kommt diese warme Luft auch im Osten an. Dazu weiterhin viel Sonnenschein. Aber ab Dienstag, dem kalendarischen Herbstanfang, wird es von Südwesten wechselhafter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017